Ich bin Sven Brencher und ich freue mich Ihnen das Video-Training zur Audio-Bearbeitung in Premiere Pro CC zu präsentieren. Premiere Pro hat ein sehr umfangreiches Werkzeugset für den Tonschnitt, die Tonmischung und das Routing von Mehrkanalsequenzen. Abgerundet wird das Ganze durch zahlreiche Audio-Effekte für Clips und Spuren. Aktuell sind diese Funktionen zwar sehr flexibel und produktiv, aber dadurch vielleicht auch nicht ganz einfach in der Bedienung. Ich möchte Ihnen zeigen, welche Werkzeuge Sie in einer Sequenz verwenden können, um die Audio-Clips zu schneiden und Sprachaufnahmen für die Vertonung aufzuzeichnen. Wir gehen durch, wie die Quellkanäle von Clips interpretiert werden und wie Sie eine Lautheitsmischung nach der EBU R128-Norm durchführen können. Wenn Sie mehr Kanalton exportieren möchten, zeige ich Ihnen das Routing von Standard- und adaptiven Spuren. Ich arbeite selbst bereits seit vielen Jahren und Versionen mit Premiere Pro und teile als Adobe Certified Instructor und Premiere Pro Master Trainer meine Erfahrungen immer wieder gerne mit anderen Anwendern. Gerade die Audio-Werkzeuge, wie zum Beispiel leistungsfähige Spureffekte und Submix-Spuren, sind schon lange eine Stärke von Premiere Pro. Auch das ist ein Grund, warum ich das Programm für Videoproduktion immer wieder gerne einsetze. Wenn Sie sich auch für die Tonmischung bei Videoprojekten interessieren, dann schauen Sie sich das Training am besten gleich an. In diesem Sinne also viel Spaß mit diesem Videotraining und viel Erfolg für Ihre eigenen Tonmischungen.